Und so, willkommen zurück. So. Immer noch diese komischen Bärenmenschen töten. Die die irgendwie nie einen Namen haben bis jetzt. Naja, wey. Nehmen wir mal 6 Helmet. Können wir mehr mit anfangen. Das kann ich noch nicht tun. Bitte. Ab hier. Weile der Heilung. No, 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 no. Oh, gut, gut. Äh, wer ist denn nicht? Okay, irgendwie nicht. Okay. Okay. Also die Quest habt ihr wahrscheinlich sogar verstanden. Oh, das war böse. Nein, war nur ein Joke. Also... Jeder World of Warcraftler müsste diese Quest kennen. Weil er sie irgendwann mal gemacht hat. Ich denke ich mir jetzt immer so grob. Räucheln ist so ne Scheißattacke, man. Versteck ja nicht, wieso die manche mögen. Oh, no. Der Priester fahrt mir alles weg. Ich will mich ganz schnell beeilen. Nein, ich will das nicht. Nein, ich will mich ganz schnell beeilen. Nein, ich will das nicht. Achso. Sack, und kaputt. Sechs von sechs von den Kriegern getötet. Was brauche ich denn noch? Was ist das denn da? Oberanführer, Krieger, 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 Pfadfinder. Die brauche ich noch. Und hinter dem Ziel sein, ja. Ich sehe immer auf mein Ziel noch mal links draufhaut, blöde Kuh. Nooo. Glück gehabt. Ach, ich brauche ja gar keine Krieger. Mano. Epic File. Tot. Ich denke mal, die muss man einfach töten, weil es einfach Feinde der anderen von dieser Art sind. Und da habe ich gerade Ruf bei denen brauchen und sowieso bei den Questen werden. Winterquell passt doch schon sehr gut. Einen Pfadfinder brauche ich noch. Krieger, Krieger, Pfadfinder. Perfekt. Oh shit. Du verfickte Sch... So eine dreckige, 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 hure, hure, money, bitch. So eine Schlampe, ey. Mir fehlt ein... Egal, reg dich nicht weiter auf. Ich nehme meine Beleigerung zurück. Auch wenn ich Blutelfen über alles hasse. Jetzt nicht, weil die... Ähm... Irgendwie... ...wirklich eine Bitch ist, sondern... ...ganz einfach, weil... ...die die Trolle ausgerottet haben. So, dass meine Lieblingsrasse ist. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist meine Lieblingsrasse. Bindet euch damit ab. Trolle FTW. Auch wenn ich die Horde verabscheue, müssen ja nicht die Hordentrolle sein, ne? Seht ihr? Schon wieder rausgeredet. So, Pfadfinder, Pfad, Krieger... Oh, ist sie gestorben, oder was? Bitte sag ja. Die holt mir zwei dieser beschissenen Pfadfinder weg. Ich weiß, dass die extrem beschissenen respawnen. Hör mal auf mit der Fäkalsprache jetzt. Das ist widerlich. Krieger, Krieger. Krieger, Krieger, Krieger. Jetzt muss ich hier 30.000 Mal rumrennen, bis zu einem beschissenen Pfad. Ja, auf damit. Krieger. Gärtner, Gärtner allein. Boah, die hätte mir noch einen so einen Pfadfinder mal lassen können. So muss ich schon wieder eure Zeit unnähtlich verschwenden. Uee, uee, Krieger, Krieger, Oberhandführer, Krieger. Oh, Menno. Es gibt immer Probleme, egal wann. Egal, ob welchen Twink du hast. Es gibt immer Probleme hier. Ich glaube, machen wir ein Duell gegen die. Bitch. Krieger. Oh, Mann. Dickes Leder wurde gekauft. Live und jetzt. Wenn du Eier hast, dann stellst du dich. Dickes Leder, dickes Leder. Oh, yes. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Und jetzt Pulling, Mob, Pulling, Mob. Oh, stirb, stirb, stirb. Ja. Oh, mein Gott. Das war ja mal episch. Ach, du Heilige. Jeder kriegt, was er verdient. Ganz einfach. Also, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Welcher Part ist das? 147. Das war ja das krasseste, was ich... Oh, mein Gott. Krieger, Krieger. Dafür gibt es zwar noch keine Pfadfinder, aber das war es, ehrlich gesagt, wert. Duell gewonnen. Und dann wurde die getötet. Und dann umarmen halt. Oh Gott, war das episch. Das gucke ich mir an. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Erstmal voll geporned. Dann wurde sie gekillt. Weiß nicht mehr, wie die heißt. Krieger, Krieger, Fahrtfinder, Fahrtfinder, Krieger. Gärtner, Gärtner, Gärtner. Krieger. Krieger, Krieger. Und die Köst ist scheiße, 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 scheiß Köst. Egal, töten wir ein bisschen. Wow. 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 Na, okay, nicht wirklich. Ne, das war ja wohl immer das... Ach, egal. So toll war es nicht. Hade. Na, okay, es geht. Auch nicht. Ja, man, es gibt hier keine Fahrtfinder. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Einen Cut mach ich nicht. Ich habe schon den Flug abgekattet, letzte Folge. Den müssen wir gleich töten. Alle anderen habe ich schon. Gärtner. Fahrtfinder, episch. Ja, heil den zu viel, du willst. Du hast keine Chance, Mann. Ich habe nicht genug Energie. Ziru entgeht keinem Kampf, außer er verliert. Lass dir das eine Lehre sein, du Gärtner. Auch wenn du jetzt tot bist. Okay. Jetzt habe ich eineinhalb Parts nur für so eine Scheiß-Quest auf. Ja, okay, was heißt eineinhalb? Sagen wir einen halben. Bin ja auch gelaufen hierher. Und habe das heftigste Duell meines Lebens gewonnen. Oh Gott, war das episch. Ich muss mich immer noch daran erinnern, obwohl das schon ein paar Minuten her ist. Auf jeden Fall kann ich hier diese Quest abgeben. Was gibt mir Gold? Das hier. Sprechen mit dieser komischen Frau mache ich. Ach, das ist da oben. Wayne. Hier gibt es auch Quests. Oh, wie viele gibt es denn hier? Das ist ja mal wunderkrass. Okay, hier hinkt so eine komische Streitmacht. Hier sollen wir irgendwas töten. Hier müssen wir auch irgendwas killen oder so. Hier ist ein Paladin. Da kann ich noch einer nehmen. Und HDF mit einem komischen Ton. Ein Nachtelfen hier. Okay, wieder irgendwo melden. Oh, cool. Was mache ich denn zuerst? Davon ganz viele töten oder davon? Naja, davon wäre irgendwie komfortabler. Schauen wir doch mal. Hüp. Hüp. Hiddi, hüp. Aua. Naja, ich finde es eigentlich ganz schön hier. Auch wenn das echt ein beschissenes Questgebiet ist. Weil du wirst so oft von da von diesem Dorf überall hingeschickt. für eine Quest. Dann gehst du zurück und musst wieder da hinlaufen. Hier verdienst du so viel Spielzeit. Aber was soll's. Warte, ich brauche auf jeden Fall so ein... Nee, das nicht. Auch nicht. Und da runter brauche ich noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen weiterlaufen, um dann seitlich da hoch zu gehen zu diesem komischen... Auf jeden Fall sind das die, die ich töten muss. Ach, was soll's. Vielleicht droppt er ja das Pad. Die droppen nämlich solche Pads. Die droppen sich selber, so gesehen. Die sind verdammt viel wert. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht? Es ist so. Gut, gut. Sollte man immer am Anfang machen. Was mach ich da für den Quark? Grinden ist toll, auch wenn ich die gar nicht für die Quest baue. Ich hab' nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Wow, da ist ein Säckchen. Und da war Geld drinne. Toll. Äh, da kann auch dieser Blub drin sein. Den könnte ich farmen hier, aber ich hab irgendwie jetzt keine Lust. Mach ich im nächsten Part oder so. Geht ja auch ab Nahrungspunkte. Okay, da oben sind die Jadefeuerknechte. Gehen wir da mal hin. Dann werde ich da ein paar killen. Das werde ich aber auch wieder bis zum nächsten Part. Äh, in den nächsten Part reinmachen. Ach, hier sind schon welche am Christen. Ist natürlich ein bisschen doof. Invite me, please. Yo. Dann geht die wilde Fahrt mal los hier oder was? Oh, das war doof. Das war ziemlich das Dümmste, was man hätte machen können. Oder auch nicht. Ich bin jetzt in der Gruppe. Hey. Das ist weit entfernt. Ich bin jetzt in der Gruppe. Jo, er ist tot und droppt schwere Rüstung. So, was gibt's denn noch Schönes hier? Man kann mit dem Level schon anregen, geil. Los, erregt mich. Oh, das ist ein Unsichtbarer gewesen. Der kastet aber echt lang für einen Schatten. Okay, dann mach ich eben einen Cut. Bedankt mich fürs Zuschauen. Wird die Quest bis nächstes Mal fertig haben und sage Bye. Euer Dab, haut da drinne, 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 rein. Ciao.